In den bisherigen 62 Sendungen haben wir eine große Strecke zurückgelegt. Fast 250 Jahre Lyrikgeschichte, vom Barock bis zur politischen Lyrik der 48er-Zeit, habe ich an ihnen vorbeiziehen lassen. Da gab es die Aufklärung, den Sturm und Drang, die Weimarer Klassik, die ich die Kunst-Epoche genannt habe, schließlich die verschiedenen romantischen Strömungen, dann Heines Überwindung der Romantik und den Beginn der politischen Lyrik. Nun sind wir an einem Wendepunkt angelangt. Kunst entsteht ja immer durch eine subjektive Sicht des Künstlers auf seine jeweilige Welt, in der er lebt. Und diese Welt ändert sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa doch sehr extrem. Die Industrialisierung beginnt durch die Dampfmaschine, die Eisenbahn bringt Mobilität, der Kunstdünger erzeugt mehr Nahrung, die Zahl der Bevölkerung wächst rapide und so ändert sich auch die Kunst, übrigens in allen Künsten, nicht nur in der Lyrik. Diese neue Zeit beginnt mit einem amerikanischen Dichter, der beeinflusst durch E.T.H. Hoffmann und dessen fantastische Prosa, durch seinen französischen Übersetzer Charles Baudelaire, von dem ich Ihnen später erzählen will, wiederum auf die europäische Lyrik stärker gewirkt hat, als auf seine eigene amerikanische. Also kommen Sie mit an die Ostküste Nordamerikas zu Edgar Allan Poe. Er ist 1809 als Sohn eines Schauspieler-Ehepaars in Boston an der US-amerikanischen Ostküste geboren. Poe begründete mit James Fannie Moore Cooper, mit Ralph Waldo Emerson und James Longfellow die amerikanische Literatur. Denn vorher, in der Pionierzeit Amerikas, fehlten neben einer Bildungsschicht auch noch die großen Städte, die nötig sind, damit Literatur überhaupt entstehen kann. Denn sie braucht ja Leser, die die Bücher kaufen und Buchhandlungen, die sie verkaufen. Und später dann verhinderte eine Zeit lang der fundamentalistische religiöse Wahn, dem auch heute noch viele Amerikaner verfallen sind, das Entstehen ernsthafter Literatur, die freie Luft braucht, um atmen und sich entwickeln zu können. Nun, Edgars Vater David Poe verließ die Familie kurz nach der Geburt des Sohnes und seine Mutter Elizabeth starb, als er zwei Jahre alt war. Die Kaufmannsfamilie Allen nahm das Kleinkind in seine Obhut. Daher sein Name, Edgar Allen Poe. Ich klage nicht, dass mein Geschick nur wenig Freudevolles birgt. Ich klage nicht, dass ein Augenblick die Liebe der Mutter verwirkt. Ich klage nicht, dass mehr an Glück der Einsame hat als ich, weil ihr ja sorgt um mein Geschick, auf meines Lebens Wanderung, um mich. Nach dem Abitur auf der Lateinschule geht Edgar auf die Universität, von der er aber kurze Zeit später relegiert wird wegen Spielschulden, die ihm sein Ziehvater Mr. Allen nicht begleichen will. Jetzt beginnt das, was der Spießer ein Künstlerleben nennt. Von klein an ging ich eigene Bahn. Ich sah nicht so, wie andere sahen. Was mich ergriff zu Lust und Pein, das musste ungewöhnlich sein. Edgar Allen Poe flieht nach Europa, will am griechischen Freiheitskampf gegen die türkischen Besatzer teilnehmen, verstrickt sich in Abenteuer, duelliert sich in Paris, wird in St. Petersburg vom amerikanischen Konsul aus dem Gefängnis ausgelöst und kehrt in die Staaten zurück. Dort wird er, er ist mittlerweile schon 21 Jahre alt, Kadett auf der berühmten Militärakademie West Point, wo er natürlich sofort die Disziplin verletzt und nicht nur unehrenhaft entlassen wird, sondern auch von Mr. Allen enterbt wird. Wahrscheinlich, weil der dachte, Schauspieler-Puck bleibt Schauspieler-Puck. Und er nicht wusste, dass er durch den ungeratenen Sohn, zumindest seinem Familiennamen nach, unsterblich geworden ist. Edgar Allen Poe, der Zerrissene, der schief ins Leben Gebaute, geht nach Baltimore zu den Verwandten seines leiblichen Vaters und heiratet dort mit 27 Jahren die Tochter seiner ihm schwärmerisch zugetanen Tante, die 13-jährige, schon bei der Hochzeit schwindsüchtige Virginia, die noch elf Jahre lebt und mit der er die Qual einer bittersüßen Ehe durchleidet. Poe's vom Vater ererbte Trunksucht beherrscht ihn immer mehr und sie verhindert, dass er als Dichter im eigenen Land Ansehen gewinnt und in bürgerlichen Berufen erfolgreich sein kann. Annabel Lee, so heißt das nächste Gedicht und so nennt er in diesem Gedicht seine Frau Virginia. Es ist ein Königreich an des Meeres Strand. Da war es, da lebte sie. Lang, lang ist es her und man hat sie gekannt mit dem Namen Annabel Lee. Voll Schönheit und mich liebte sie. In dem Königreich an des Meeres Strand, ein Kind war ich, war sie, doch wir liebten mit Liebe, die wir nur gekannt, nur ich und nur Annabel Lee. Mit Liebe, das strahlende Engel selbst beneideten mich um sie. Und das war der Grund, dass im vorigen Jahr die luftkalte Winde spie, die frostig durchfuhren ihren Leib und das Haar meiner schönen Annabel Lee. und Engel kamen durch eisige Luft und ach, sie entführten mir sie, um sie einzuschließen in Grab und Gruft, meine schöne Annabel Lee. Kein Mondenlicht blinkt, das nicht Träume mir bringt von der schönen Annabel Lee. Jedes Sternlein, das steigt, hält die Augen mir zeigt von der schönen Annabel Lee. Und so jede Nacht liegt zur Seite ich sacht bei der Geliebten in bräutlicher Pracht am Meer dort bei Annabel Lee, im Grab dort bei Annabel Lee. Edgar Allen Poe ist 38 Jahre alt, als Virginia alias Annabel Lee stirbt. Er lebt mittlerweile in New York als Herausgeber verschiedener Zeitschriften und als gefürchteter Kritiker. Er begegnet dort seiner Jugendliebe Sarah, mit der er sich als 15-Jähriger verloben wollte. Nun beschließt er, die Gleichaltrige zu heiraten. Wohl auch, um auf diese Weise vielleicht den Klauen des Alkohols zu entkommen. Fünf Tage vor der Hochzeit findet man ihn eines Morgens delirierend und unterkühlt in einem Straßengraben. Im armen Hospital ist er Tage später an einer Gehirnblutung gestorben. Ich fühle tief, dass in den Himmeln dort die Engel, wenn sie Liebeworte nennen, kein heiliger und sanfter Wort als Mutter flüstern können. Bei diesem süßen Namen nannte ich jene, die mir einst mehr als eine Mutter war, nach der ich mich in allen Frauen sehne. Virginia, Geliebte, immer da. 20 Leise 25 27 Vielen Dank.